Hallo und herzlich willkommen in der Folge Let's Play Lucius! So, was haben wir denn dieses Mal? Wir müssen ja hier noch diese ganzen, keine Ahnung, aufräumen. Unser Haushaltsplan ist ja auch relativ wichtig, also relativ halt. So, was machen wir das Zeug da rein? So, was haben wir denn hier? Äh, cool. Den haben wir jetzt getötet, so. Okay, haben wir hier noch so ein paar... Ja, Fähigkeiten. Äh, hier kann man lesen oder ein Tagebuch. Äh, in dem Start ist es bei 50%. Hi. Wusstest du, dass Jet im Haus ist? Du solltest guten Tag sagen. Jet? Naja, gut. Wo ist er denn? Wir sind immer im selben Raum. Spielzeugout, was nehmen wir gleich? Mit. Gut, ich kann ja hier auch kommen, hier noch ein paar Autos rumliegen. Was bestimmt auch relevant irgendwie sein könnte. Weil ich halt dieses gute Benehmen, schlechte Benehmen hat Auswirkungen irgendwie... aufs Ende vielleicht, oder auf Missionen... kann ich mir gut vorstellen. Dass wir der brave Junge sein müssen. Oh, was wird denn hier gemacht? Interessant, wir haben hier auch einen Metzger. Einen eigenen. Habt ihr den Totenschel im Hintergrund gesehen? Hallo, Lucius. Du weißt, dass du nicht hier sein solltest. Hallo, Lucius. Jet. Okay. Dann kannst du bitte einfach gehen. Wie soll denn hier hin, ne? Er wird TK auflassen. Hey, Lucius. Ich muss hier weiter arbeiten. volver! Ich muss hier noch gucken. Ich muss hier nicht mehr rausfüßt. Ich muss hier nicht mehr rausfüßen. Ich muss hier nicht mehr rausfüßt. wir sind ein bisschen braver junge noch nur ein bisschen 80 prozent 90 tut zu jetzt Zähneputzen noch richtig richtig wir würden es gerade im wc diese fragezeichen hinter was haben wir denn hier für ein Raum so bei dem statt über 90 prozent das ist schon mal gut wir gehen mal zu unserem Freund dem Metschka und schauen uns mal was der da so hat hey hey kann ich hier was meinen Fähigkeiten machen da oben okay ich muss hier weiter arbeiten das ist schon kann ich jetzt nicht so viel machen ich könnte mit irgendeinem gegenstand hier was machen ich sollte mich irgendwie einmischen die kreissäge ich muss hier weiter aber ich glaube er wird am ende drauf liegen ok wir sind wie machen wir das am besten so werden hier überall gläser wir können ja auch raus ok interessant ja hallo kleiner kumpel ich habe arbeit für dich ich brauche etwas benzin für meinen rasen kannst du es holen hallo kleiner kumpel ich habe arbeit für dich ich brauche etwas benzin für meinen rasen kannst du es holen wo wo auch immer ich finde ich weiß es nicht schon ganz schön gruseliges haus bei kann sogar billiards spielen das ist das für ein krasses haus wahnsinn wahnsinn also wird sind wir auf jeden fall was haben wir da noch im raum ok die gamer gab es hier auch hier gibt es sehr viel alkohol kann man denn noch hier hier scheinen aber auch noch irgendwelche kinderzimmer zu sein ok hier habe ich gerade irgendein komisches geräusch gehört schlau kopf hallo dienstmädchen ich bin weg wieder hast du chat schon guten tag gesagt er ist wahrscheinlich im kühlraum ja ich sage ihn sofort hallo hier ist nichts weiter drin hey ich kann hier mit nichts wirklich interagieren äh wie töd ich dich denn ok ich muss mich irgendwie einmischen ja nur wie So, wir haben die alle hier schon getötet. Jet ist ja unser nächstes Opfer, aber wie? Ich will dich eigentlich auf der Kreissäge da hinten sehen. Wollen wir da ganz nah ran. Na, ganz weit weg. Ich kann hier aber wirklich nicht irgendwas cooles machen oder so. Kann man hier irgendwo Temperatur einstellen? Das ist ja so ein Teil. Hat sich den Lichtschalter oder sowas? Okay, ich bin überfragt. Ich bin überfragt. Ey, Mutter! Hast du daran gedacht, dir die Zähne zu putzen? Ich will dich nicht nochmal erinnern. Nee. Alter, mal viel essen. Mühlbeutel! Hey, los. Ich muss hier weiterarbeiten. Wie mach ich das am besten? Etil leist Messer scharf. Also, was für ein Messer? Okay, ein bisschen Besteck. Kann ich die mitnehmen und einfach in den Kopf rammen oder so? Okay. Hey! Boah, wie töte ich den am besten? Hm. Was ist denn eigentlich so ein Raum? Okay, aber wie ich die töte noch, keine Ahnung, hier zu haben. Hey, ich raffe es nicht. Ich kann hier mit nichts interagieren, aber auch. So ein Messer kann ich es von nehmen vielleicht? Haben wir denn hier wo irgendwas, was mir helfen kann hierbei? Hast du daran gedacht, dir die Zähne zu putzen? Ich will dich nicht nochmal erinnern. Ich auch nicht. Die Sorge, die backt manchmal ein bisschen, ne? Hier. Hey, Lusche, ich muss hier weiter arbeiten. Oh, die Sorge macht gleich was ganz komisch jetzt, ich sehe es. Komm. Die Sofa glitz ich eigentlich bei einem bestimmten Ort, den lege, packt die bestimmt total weg. Ne, aber hier oben ist kein Gegenstand, der mir weiterhelfen kann irgendwie, oder? Da. Oh, was war denn hier? Hier liegt überall ganz schön viel Müll. Wieso verliere ich hier einmal die Dingens? Meine Macht. Ja, so verdirrt ich meine ganze Kraft und so können wir das Dingens mal anhaben. Okay, aber wie ich unseren komischen Metzgertyp töte, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Zeit zu spielen, Junge. Hey, Lusche, ich muss hier weiter arbeiten. Was zum Teufel? Ich habe keine Zeit zu spielen, Junge. Ich habe keine Zeit zu spielen, Junge. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Zeit zu spielen, Junge. Ja, who cares? Ich will jetzt aber bitte irgendwas hier machen, dass ich sage, du machst irgendwas anderes. Was ist hier wieder? Mä, jetzt sind die Chinese, kann ich aber nichts machen. Nein, ich muss die Mailboard lieber zurück. Ich habe keine Ahnung. Okay, hier haben wir noch so einen Garofen für eine Pizza. Ja, ich dachte, da wird überall mal ein Menschringen geschmort. Hast du daran gedacht, dir die Zähne zu putzen? Ich will dich nicht nochmal erinnern. Hey! 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 Ich bin total überfragt. What is my job? Wie kille ich den am besten? Ich habe echt keine Ahnung. Wie viele Räume es einfach hier gibt. Ach, ist er wieder hier? Ach, ist er wieder hier? Boah, wie sich der Hund umbringt, ich habe echt keine Ahnung. Ich bin total überfragt. Ich bin total überfragt. Ich bin total überfragt. Okay. Ich kann nichts kaputt machen damit. aber die wenn er mich der streichhörter darf er mich nicht sehen einverstanden aber wie bringe ich dich um das nicht leute wie bringe ich den denn das ist ein rätsel für die nächsten folge sein danke fürs zuschauen steht dran hier rucki bist du jetzt hier mal eine kleine pause machen oder ich google mal kurz wie das mit dem tod davor angeht weil ich bin habe ich keine ahnung